Hallöchen Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Land gespielt. Build and Destroy wurde mal vor langer, langer Zeit vorgeschlagen. Bauen und kaputt machen. In 3D. Wir sehen hier eine Kanone. Piuuuu, ist ja wie auf dem Jahrmarkt. Piuuuu, Piuuuu, Dosen schießen, Piuuuu. Piuuuu, muss ich allerein machen? Ne, doch nicht. 12 Balls habe ich, Leute. Na, wir schießen erstmal den unteren Rand weg, damit alles runter fliegt. Da haben wir ein Megaball. Und wir kriegen immer wieder neue Bälle. Das ist wahrscheinlich, sind wir gleich zweitaneinander zu schießen, ne? Weil sie nicht genug Durchschlagskraft haben. Na, wie hat, ist jetzt weiter irgendwie runtergefallen? Oder durchgefallen? Neun Bälle übrig geblieben. Piu, Piu. Oh, das ist aber sehr dünne. Oder sehr kleines Gebilde. Oh, es witzig. Gefällt mir. Great job, Level 2. Continue. Wäre Megaball. Okay, ich habe es kaputt gemacht. Habe ich doch gesagt, ich habe es kaputt gemacht? Ah. So ein Ärger aber auch. Hat es gespeichert? Nope. Hat er natürlich nicht. Doch hat er. Strange. Er fängt irgendwie da irgendwie von vorne an, ne? Er fängt irgendwie wieder von vorne an. Build? Touched. Create. Okay, wir können selber auch was kreieren. Okay. Naja. Nö, der Bauteil gefällt mir nicht so. Ähm. Okay. Tschüss. Tap to play. Jetzt haben wir von, von einer Seite, ne? Gerade waren wir von vorne gewesen. Ein Ball übrig. Ei. Ei, der war schlecht. Aber. Ein perfekter Schuss. Nein, das ist noch übrig. Das reicht aber aus. Geht vor, bin ich bellig hier gerade. Neu. Neu. Puh. Ei. Piu. Piu. Reicht aus, ne? Ja. Die sind voll klein, die Gebäude. Das macht keinen Spaß. Viel zu wenig. Ah. Knapp. Great job. Level 3. West game. Ist ja auch interessant. Ein Stealth-Game. Na ja, gut. Doch, ganz der Aufgabe. Hat alle abgeballert. Oh, wir bewegen uns sogar sehr geil. Dann warte ich einfach mal, bis wir zur Seite stehen, um ihn dann einfach angreifen zu können. Piu, piu. Piu. Das will wir uns nicht mehr. Du, vorhin die Eier schießen. Sorry. Ach, einer ist geblieben. Ärgerlich. Oh, jetzt haben wir eigentlich mal wieder ein paar mehr Blöcke. Ah, fliegt wir uns ja ein bisschen mehr rum hier, oder? Da haben wir sogar noch einen Megaball, aber den ich nicht benutze, dann geht wieder alles kaputt. Da habe ich keine Lust drauf. Oh, eine Pfestung. Mal durch die, äh, durch die Vordertür rein. Flipp, flipp, flipp. An sich ist echt cool, ein witziges Game. Aber das ist mir ein Megaball gefällt mir überhaupt nicht. Ich würde ihn ganz gerne nutzen, aber das Spiel scheint Probleme damit zu haben. Nochmal nicht die Vordertür. Wow. Fast mit einem Schuss. Ist natürlich cool gewesen. Level 4. Ein, ein Battle Royale-Spiel. Na, es ist eigentlich witzig aus, als ich das für das erste Mal in der Werbung gesehen habe. Piu. Aber Battle Royale ist nicht so mein Ding. Platsch hat gereicht, hat gereicht. Ich schieße erstmal hier oben alles ab. Tschu und hier unten. Na, hat sich gereicht. Not enough. Not enough. Oh, Alter. Plus fünf Bälle, äh, über, äh, okay, statt übergeblieben. Piu. 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 oder weil es hängen geblieben sind doch ein bisschen schwerer gewesen die kästchen level 5 und immer wieder wärmungen zwischen dem level 1 nicht geschafft werden die mit einem schuss abschießen können aber nein es sollten nicht sein aber doch hat gereicht und eigentlich alle drei abschießen und creeper da wäre keine zeit um es ist ja kein problem dass die dinger kommen reicht es ja sehr schön nein ich habe verkackt nein schon wieder verkackt schlecht was passiert keine bälle mehr haben keine balls wenn uns unsere boards und verlassen haben das wird leider hier passieren in dem level denke ich oder ich habe noch mega bohr funktioniert so schlecht bitte spielt es nicht wenn man sollte nicht in die augen schießen wow es ist so dick gewesen das war eine kugel gar nicht durch kann wahrscheinlich schon wieder mega war ready jetzt beim nächsten mal benutzen jetzt funktioniert ich weiß nicht was war erst mal das problem fliegt davon nein es reicht nicht nur eins weggeschossen noch schwer so ein blauer also ich habe tatsächlich nur eine bestimmte zeit und ich hatte tatsächlich nur eine bestimmte zeit gerade irgendwie sind die drei sekunden noch abgelaufen na gut leute cooles spiel bei das ist das destroyen das irgendwie mehr spaßig als das zu bauen weil das selbstgebaute kaputze macht aber keinen spaß das ist voll doof deprimierend ähm ja wenn ich möchte build and destroy 3d wie es im spiel der titel steht auch einfach bei google eingeben oder playstore und dann seht ihr es wir sehen uns beim nächsten mal wieder mal gespielt bis dahin Ciao